Hallo und herzlich willkommen zu JTE Bondage. Heute mal zu einem Special. Und zwar stellen wir euch heute verschiedene Schlagwerkzeuge vor. Und zwar in speziellen Rohrstöcke. Die gibt es in allen Farben, Formen, Variationen und Dicken. Und das ist dann schon das wesentliche Kriterium. Und wir stellen euch heute einfach mal verschiedene Längen und Dicken vor. Und testen die aus. Mietz, bring mal bitte den ersten. Das ist ein dünner, recht langer. Das ist ein ziemlich langer Dünner. Und der Spaß an diesen langen ist, dass je länger sie sind, desto schneller wird das Ende, was man nicht in der Hand hat. Und es kommt nicht auf die Geschwindigkeit des ganzen Stocks an, sondern nur auf die Geschwindigkeit des Endes, was beim Subi ankommt. Das heißt, man muss nicht unbedingt so in den ganzen Arm zuhören, sondern einfach kurz aus dem Handgelenk. Macht viel mehr Spaß. Das Schöne am Rohrstock ist diese. Zweiseitig verwendbar. Da hat man keinen festen Griff. Und man kann halt eben abmessen. Je nachdem, ob man das Subi ein bisschen schonen möchte, trifft man halt eben hier so mit dem Bereich. Und wenn Subi böse war und so die ganze Härte bekommen, zieht man halt eben mit dem hinteren Ende. Viel wichtiger ist aber wirklich flach draufkommen. Man kann auch so, das tut dann noch ein bisschen mehr weh, aber flach reicht schon. Und wie immer schön aus dem Handgelenk. Und da das ein sehr dünner ist, ist das sehr leicht. Und laut der Miet soll es mehr so ein stechender Zwiebelnterschmatt sein. Wir kommen später noch nach dem Kategorium. Man hört vielleicht dieses wunderschöne Wuschgeräusch. Ich liebe das an Geräten, die das machen. Und an dem Leichten kann man auch sehr schön wieder aus dem Handgelenk. Eine sehr hohe Frekanz erreiben. Und damit Subis sehr, sehr gut quälen. Weil damit viele Schläge in kurzer Zeit kommen. Das Gehirn hat gar nicht die Zeit, die Schläge zu verarbeiten. Ganz toll. Und genau, da freut sich Subi. Und man hört in kurzer Zeit das Safe-Word. Und kann sich dann über Subi aufregen. Mensch, du hättest ja gar nicht so aus. Dann mal bitte einen anderen. Ich gebe dir jetzt mal einen kürzeren. Der ist ein müh dicker, aber wie man sieht, ist er halt etwas kürzer. Genau. Dadurch, dass er kürzer ist, ist das Ende, was beim Subi ankommt, schon mal deutlich langsamer. Und, na gut, ein bisschen Rouge macht er auch noch. Aber, macht er auch noch Spaß. Hat er allerdings, wie gesagt, durch die Kurze wesentlich weniger Geschwindigkeit. Ist allerdings auch deutlich leichter, weil er kurzer ist und nur ganz unwesentlich dicker. Man kriegt also trotzdem noch aus dem Handgelung genug Geschwindigkeit draus. Und man kann wieder diesen machen. Und so wie er. Gibt auch einen etwas scharfen stechenden Schmerz. Laut der Miez. Und dann haben wir hier noch etwas ganz anderes. Den guten alten englischen Schulhofstock. Auch ein Rohrstock. Allerdings, wie man sieht, ziemlich dick. Und der macht jetzt, wie man das hört, schon ein sehr, sehr dumpfes Busch. Und vor allen Dingen durch die Breite von, naja, ich würde was sagen, fast einen Zentimeter. Haut er auch richtig gut rein. Gibt einen sehr dumpfen Schmerz. Und wirkt viel, viel effektiver. Weil die Balken vorangegangenen, die beißen noch mal kurz. Und wenn man eine Pause zu durch hat, vergehen die relativ schnell. Der hat richtig gut rein. Macht auch viel mehr Lärm. Was mit dem allerdings nur schlecht geht, beziehungsweise sehr auf die Handgelenke der Satisten geht, ist diese Übung. Weil aufgrund der hohen Masse geht das ja aufs Handgelenk. Ist nicht so zu empfehlen, wenn man sich nicht wehtun will. Genau, das Kissen hat auch schon aufgegeben. Das Kissen hat auch schon aufgegeben. Und quasi der Safe hat gerufen, wenn es rufen könnte. Und das sind unsere Rohrstöcke. Die gibt es ja noch in dutzenden verschiedenen Formen und Varianten. Wir haben jetzt hier original Bambus. Da gibt es noch geschälten Bambus. Da hat man diese Knoten hier. Die Zwischenstücke. Nur noch wenig bis gar nicht. Das sind dann eigentlich nur noch ganz normale lange Stücke. Sind auch sehr sehr hell. Keine Ahnung, wie die funktionieren. Allerdings finde ich diese Knoten immer ganz nett. Und da hat man noch zusätzlich ein bisschen was, um Suppis Arsch anzumalen. Ja, soviel zum Thema Rohrstöcke. Da gibt es sicherlich noch viel mehr zu sagen. Falls ihr noch Ideen und Vorschläge und Kommentare und Fragen dazu habt, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Tschüss.